Wie gut ist eigentlich Marvin Schwebe im Jahr 2028 im FIFA 22 Karrieremodus? Er startet mit einer 73 und hat ein Potenzial von 77, aber nach einer Saison hat er das Potenzial auch schon fast erreicht und ist hoch auf eine 76 gegangen. In den drei nächsten Jahren bis ins Jahr 2025 ist der neue Stammteuerhüter vom 1. FC Köln hoch bis auf eine 80 gegangen, um sich dann für die nächsten drei Jahre nochmal einen richtigen Schub zu holen und dann auf eine 84 zu finishen im Jahr 2028. Wenn ihr noch mehr vom Karrieremodus sehen wollt, dann schaut mal gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei und lasst natürlich auch ein Abo da. Jetzt fragen wir uns aber erstmal...